Was geht ab meine Freunde, ich bin's wieder, euer Xerox und heute kommen wir zu den Kryptowährungen oder besser gesagt weiterhin auch zu dem Tycoon, aber heute erstellen wir eine Sache für die Kryptowährungen und zwar Ethereum und das Ethereum Symbol habe ich schon so gesagt fertig modelliert und ich will mich entschuldigen für den Krach im Hintergrund, das ist jeden Tag so bei mir und es wird sich auch nie ändern, so wie wir schon mal gesagt haben. Und zwar habe ich hier im Blender dieses Ethereum Symbol nachgebaut und ich bin ganz zufrieden damit, so sieht das Ganze dann in Roblox, ups, in Roblox Studio aus und ja, daran werden wir natürlich weiterarbeiten. Hier seht ihr auch schon mal ein Bitcoin Miner, das soll auch ein Dropper werden, so wie hier hinten auch dieses Dockcoin und ja, heute werden wir dann Ethereum bauen. Da bin ich noch ein bisschen am überlegen, wie ich das am besten angehen soll, wie ich am besten anfange und so weiter und so fort, das weiß ich nämlich noch nicht. Ich werde das jetzt in einem Speed Art machen, das bedeutet, ihr werdet einfach in Schnelligkeit sehen, wie ich das hier alles zusammenbaue. Dann mal viel Spaß. Ja, 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 ja. Scharding, losz, ja. Losz, dann ima don. Go. They don't want it, yeah. They scared of what I know. Told you the budget, yeah. I gotta get my own. Shout out my bros, this writer deserves a toast, yeah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020